Du musst das nicht mischen. Schau mal, dass du spielst. Und jetzt spüren wir immer mit der Kleine. Die gefällt dir jetzt am Spielen. Was macht Shaggy mit dir jetzt Pinkel? Mit der Chiara. Mit der Chiara spiel. Da, 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 da. Oh, Frau Chiara hat geknurrt. Was denn? Was denn? Das ist schon wieder nicht Mittelpunkt, Max. Da hast du schon wieder genutzt, wie ein Depp. Das ist schon wieder genutzt. Das ist schon wieder genutzt. Das ist schon wieder genutzt.